Ich sag mal was zum Projekt die Streaming-Revolution, ein fließendes Buch über und mit Hangout on Air. Das ist gleichzeitig auch noch ein Mikrofontest mit dem C1 von Behringer, denn ich war auf der CeBIT wieder unterwegs, hab Video-Interviews gemacht, mit einem bin ich dann voll auf die Schnauze geflogen, weil ich das iRig eingesetzt habe und da hatte ich mich ja schon mal drüber geäußert und drüber mokiert, dass man da nur drei Einstellungen hat, nah, mittel, fern. Ich hatte es auf mittel eingestellt, sodass man dann eigentlich davon ausgeht, dass diese Messegeräusche oder Hallenlärm genügend gedämpft wird und man das, was der Interviewpartner sagt, dann auch ausreichend hört. Das war nicht der Fall. Ein Video-Interview über Videokommunikation auch noch konnte ich dann in den Mülleimer werfen. Ich habe so die O-Töne gerade noch so nutzen können, um noch einen Artikel zu schreiben und den habe ich auch mittlerweile veröffentlicht, findet ihr auf Neuenachricht oder auf meinem Blog. Aber auf YouTube konnte ich es nicht hochladen, da war es einfach unerträglich. Ja, wir hatten ja am Sonntag eine interessante Gesprächsrunde zur Vorbereitung der nächsten Bloggercamp-Schreibwerkstatt. Ich habe das gestern in meinem Blog noch gebracht mit dem Titel Ein fucking neues Unbuch. Ideen für unser Crowdfunding-Projekt, die Streaming-Revolution. Und da sind wir halt auf ein paar ganz gute Gedanken gekommen, die wir am Mittwoch um 18.30 Uhr diskutieren wollen. In welche Richtung gehen wir eigentlich? Wenn wir ein klassisches Buch schreiben wollen, auch was als E-Book dann erscheint, dann müssen wir unheimlich viele Restriktionen hinnehmen. Ein E-Book-Reader kann nicht so ohne weiteres Videos abspielen, aber es geht in dem Buch natürlich vor allen Dingen um die Videokommunikation in Echtzeit, die man über Hangout on Air machen kann, aus jeder Lebenslage, von jedem Ort der Welt, bei jedem Ereignis, ob das nun mit Gesprächspartnern läuft, ob das als klassische Talkrunde organisiert wird oder mit Einzelübertragungen oder ob man das vom Klo aus macht oder was auch immer, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Es ist Jedermann-TV, es ist spontan, es kann vorbereitet sein, es kann gut gemacht sein, es kann totaler Quatsch sein. Es ist halt so eine Art Graswurzelbewegung, die sich da abzeichnet und es gibt ja einige Expertenstimmen, die sagen, also ja, wir steigen ein in ein Zeitalter, wo Bewegbilder viel relevanter werden, die Kommunikation ist direkter, persönlicher, man braucht keine Vorbildung, man muss nicht Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse vorweisen, man muss nicht den Duden zur Rate fragen, sondern man kann einfach loslegen. Beim Hangout on Air ist ja auch noch der Vorteil, dass man wirklich die Live-Atmosphäre dann wahrnimmt, die dann auch in einer Aufzeichnung durchschlägt. Also man merkt, dass das nicht gekünstelter Mist ist, irgendein Image-Film, an dem man lange gewerkelt hat, wo es aseptisch zugeht, wo man natürlich auch manipuliert, über Bilder manipuliert. Hangout on Air, da es den Live-Charakter hat, auch nachher in der Aufzeichnung, ist halt, ich würde nicht sagen authentisch, ich hasse das Wort authentisch, sondern es ist ungefilterter, ungefilterter, stotter, stotter, stotter. Hier mache ich eine Aufzeichnung mit dem C1-Mikrofon, weil ich halt mit dem iPad dann auch Interviews mache, die ich zwar nicht großartig schneide, Aber wo ich dann halt doch, wenn ich auf einer Messe bin oder auf einer Konferenz bin Nicht dann immer wieder den Hangout-on-Air-Modus einschalten will Weil manchmal auch das Netz dann gar nicht ausreicht Das ist dann mal eine Restriktion, die muss man einfach sehen Auf der CeBIT hatte ich mit Hannes Schley da ja auch ein paar Probleme Wenn wir im mobilen Einsatz waren, weil einfach das WLAN da zu schlecht war Ja, um was geht es uns also am Mittwoch bei unserer Schreibwerkstatt Wo wir ja eigentlich unsere Unterstützer auf dem Laufenden halten wollen Wie es mit dem Streaming-Revolutionsprojekt weitergeht Hannes hat als Reaktion auf meinem Blogposting gestern zurecht gesagt Ja, Schreibwerkstatt dürfen wir es eigentlich nicht mehr nennen Wenn wir ein Unbuch machen wollen Er hatte dann also vorgeschlagen Was hat er eigentlich vorgeschlagen, muss ich nochmal gucken Das dann etwas anders zu nennen Ah, Streaming-Werkstatt war sein Vorschlag Ich sagte, naja, gut, das ist dann doppelt gemubbelt Das heißt Streaming-Revolutionsprojekt Und wir machen dann eine Streaming-Werkstatt Nennen wir es doch einfach Werkstattgespräch Denn selbst wenn wir das eine oder andere dann auf Google Docs schriftlich festhalten In den Hangouts on Air Wo wir über den Fortgang des Projektes berichten Geht es ja in erster Linie um Gespräche Und was bewirken diese Videogespräche Oder was bewirkt diese Videokommunikation Dazu gibt es ja ein ganz nettes Buch Von Hubert Burder herausgegeben Im Medias Res heißt es Zehn Kapitel zum Iconic Turn Also über die visuelle Wende Da geht es um Bildsprache im Allgemeinen Also nicht nur um Bewegtbilder Aber Bewegtbilder, vor allen Dingen wenn sie live und in Echtzeit übertragen werden Haben dann vielleicht noch einen besonderen Effekt Auf die Zuschauer Und auf die Mitwirkenden Die sich an Diskussionen dann beteiligen Via Twitter oder YouTube oder über Google Plus All das muss man halt in den nächsten Jahren Mal genau beurteilen und bewerten Wie der Iconic Turn Auch über Videokommunikation verläuft Welche gesellschaftlichen Effekte sich ergeben Wie sich die Kommunikationskultur insgesamt entwickelt Und das werden wir am Mittwoch sicherlich auch diskutieren Und wie wir halt mit unserem Unbuch weitergehen Wie wir es gliedern werden Wenn wir ein klassisches Inhaltsverzeichnis machen Mit welcher Navigation werden wir arbeiten Beim E-Book gibt es ja schon ein paar Neuerungen Dass man halt Markierungen setzen kann Und die Markierungen werden dann auch im Inhaltsverzeichnis dargestellt Dann kann man es abrufen Kann hin und her springen Kann es teilen mit Facebook und Twitter Also beispielsweise mit der Kindle App Auf meinem iPad ist das möglich Und bei den anderen Geräten sicherlich auch Aber wie sieht es halt aus Wenn man umfassender sharen will Wenn man eben auch Videos einbauen möchte Das diskutieren wir am Mittwoch Mit Michael Dreusicke Gründer und Geschäftsführer von Pauks Technologies Dem wir übrigens bei der Wissenschaftskonferenz Informare Kennengelernt haben Und was steht da im Vordergrund? Na klar, Ideen sammeln Wir wollen ein fucking Unbuch machen Wir wollen da vorangehen Wir wollen völlig wirre und anarchische und lustige und überraschende Ideen aufgreifen Im Sinne von Jean-Paul Ideengewimmel Heißt ja hier dieses Buch Das ist so eine Art Ideenmagazin Aus dem Nachlass von Jean-Paul erschienen Herausgegeben von Kurt Wölfel und Thomas Wirz Erschienen im Eichborn Verlag Da werde ich mich auch ein bisschen inspirieren lassen Genauso wie ich mir jetzt nochmal genauer das Buch von Burda über den Iconic Turn anschauen werde Da werden wir dann auch entsprechende Experten nochmal interviewen Die dann in das Werkstattgespräch Ich wollte schon wieder sagen In die Schreibwerkstatt rein sollen Welchen Anteil wird also die Verschriftung überhaupt bei unserem Streaming-Revolutions-Unbuch haben? Ich habe ja im Blog schon gesagt Naja, man könnte selbst das, was man geschrieben hat Natürlich auch direkt wieder lesen Quasi in das Buch hinein lesen In das Unbuch hinein lesen Per Video Da könnte ich mir auch vorstellen, dass einige meiner Bekannten Die sich in der Literaturszene bewegen Als Sprecher auch noch auftreten Oder vielleicht der frühere WDR-Hörfunkchef Wolfgang Schiffer Der eine unheimlich schöne, sonore Stimme hat Eine schöne Sprecherstimme, nicht wie meine Also da ist sicherlich einiges machbar Wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch um 18.30 Uhr im Bloggercamp Im Werkstattgespräch mit Michael und Hannes Wo wir dann wirklich ganz entscheidend vorankommen wollen Mit der Ideenskizze für das Unbuch Wo ja dann die erste Version Anfang Mai Auf der Republika erscheinen soll Fußnote noch am Rande Bitte unterstützt unser Projekt Werdet finanzielle Unterstützer Auf der Startnext-Plattform Die Links könnt ihr ja auf unseren Blogs abrufen Oder auf dem Bloggercamp-Blog Vernetzt euch Da sind alle nötigen Informationen da Welche Pakete man zeichnen kann Ob man wirklich auch ein Sponsor Mit einem größeren Beitrag werden möchte Da könnten wir noch einiges gebrauchen Da sind wir von unserer Zielsumme von 5000 Euro Noch ein ganzes Stückchen entfernt Also unterstützt uns Man sieht und hört sich Bis dann Tschüss der ich sag mal Blogger Gunnar Sohn Und ich schneide nicht Jetzt seht ihr meinen ekelhaften Finger